Was geht ab Leute, wir beide sind hier heute am Start, Kubanito Wakes, spielen einfach mal ein kleines Food Draft zusammen, zwei Controller haben wir, ich ein, er ein und wir werden es so machen, dass wir zwei Sekunden Zeit haben, das ist zwei Sekunden, zwei Sekunden Zeit haben, wenn die Spiele aufploppen, ein Spiele auszuwählen und so können wir unsere Chemie auf jeden Fall richtig verkacken, so wird es nochmal ein bisschen schwerer, ey, ich habe richtig Bock drauf, ja man, let's go, boah, 15.000 Coins muss ich rausballern, ich nehme, ja komm, 15.000 Coins, wir gönnen uns, oh komm, welche Formation nehmen wir, 4, 2, 2, breit, breit, Zack, die nehmen wir, bumm, bumm, oh mein Gott, Ronald, wow, Info, Ronald und Lewandowski war bei der Käptenseite alleine schon, Digga, okay und jetzt, ich such, ich such und du machst, bumm, zwei Sekunden Zeit, gönn dir, gönn dir, gönn dir, nimm irgendeinen, komm, Mikael, warum nehme ich mit jetzt, was ist das, scheiße, okay, so komm, nimm irgendjemanden für mich, irgendjemanden, irgendjemanden, innenverteidiger, 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 zwei Sekunden, zwei Sekunden, zwei Sekunden, für dich, ja, Digga, da war noch, 37 Tempo, ich nehme ihn nur, weil er selten war, okay, komm, ich gebe dir auch einen Innenverteidiger, den nimmst du, den nimmst du, den nimmst du, den nimmst du, summa, inform, Digga, du bist nicht nur informs, brutal, oh, er hat sogar einen grünen Link zu Mikael, läuft, Digga, ich habe das Gefühl, das wird ein Team aus Black, ja man, okay, Flex, dann für dich am Start, ich will mal sagen, wir machen für dich jetzt den linken Verteidiger, komm, 2 Sekunden für dich, Flex, wähl was geiles aus Adriano, boom, International, Adriano, ich gebe dir einen Stürmer, komm, ich tue es einfach mal, Portugal, oder BBVA, boah, was ein Daten für Spieler, nirg Gott, gib mir jetzt auch einen Stürmer, komm, gib mir jetzt auch einen Stürmer, komm, 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 direkt, 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 direkt. Aber... Pili, Bender! Lord, Lord! Oh shit, Digga, Lord! Als jüngstes Kampf, wenn das jetzt schief geht, weiß ich auch. Für Lord, Digga. Okay, jetzt gib mir ein. Weiter geht's zum Torwart. Komm, ich suche jetzt einen Torwart. Gibst du mir echt die Kontrolle? Ja, Kontrolle, Kontrolle. Wer ist gut? In Form, Kamini! Aber no link. Aber in Form. Aber in Form! Ich würd sagen, wenn wir schon hinten sind, dann machen wir dir jetzt noch einen rechten Verteidiger. Wax Flex, das ist dein Ding. Ja, direkt. Direkt Kavajal. Oder wer war da noch? Maicon. War Maicon? Keine Ahnung. Egal, ich weiß drauf. Fertig gut. Ja, der ist schon okay, Digga. So. Wer nimmst du für mich? Ich nehm die rechten Mittelfeld. Rechten Mittelfeld. Und jetzt hab ich... Quartado, Quartado! Bail! 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 Bail war da! Bail war da! Egal, 5 Sterne ist gelangt. Quartado. Springer aus Fenster, Digga. Entspann dich. Mach Rückwärtsrolle, Venture. Jetzt musst du mir noch den letzten ZOM geben und dann sind wir durch mit dem Team. Komm. Komm. Gib mir jemanden. So Jungs, ich hab schnell frische Luft gegangen. ZOM. Flakes, Flakes. Mach. 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 Die Chemie mal mit 51. Komm. Portugies, BBV oder so. Der letzte für uns. Kananis. Kananis. Egal, Quadrado Link. 58 Chemie. Ich glaube auch, die von der Aufstellung ist gar nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Aber auf der Bank machen wir es so. Wir müssen jetzt random zulosen und wir dürfen die Spieler, die jetzt kommen nicht einwechseln. Und... Ja, okay. Davon hätte ich sowieso gar keinen eigentlich eingewechselt. Außer Ter Stegen vielleicht. Der wäre fresh gewesen. So bockt aber auch. Und ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. Auf jeden. Mit Benner, da kann nichts schief gehen. Da kann ich nicht schief gehen. Dort. Ronaldo in Form. Quadrado. Ey, krank. Let's go, oder? So, der erste Gegner hat es gefunden. Mal sehen, was er für ein Team hat. Er hat Lionel Messi, er hat Rodriguez. Er hat sich auch schon ein krankes Team eigentlich zusammengebaut. Aber ich denke, wir haben Lord Bentner, wir haben Ronaldo. Auf jeden Fall. Man, Bentner. Ronaldo hilft. Easy. Los geht's. Auf geht's. Dieser Schwarz. Ich weiß nicht, warte, ich gebe dir Pass und ich gucke. Hat er Skills? Hat er 3 Sterne? Was hat der? Nein, ich glaube, der hat nichts. Oh shit. Egal, Ronaldo darf die Skills. Komm, Ronaldo. Zeig, was du drauf hast. Wax, Wax. Oh, ich zerstöre ihn. Ich zerstöre ihn einfach. Komplett. 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 Oh, mein Gott. Wax ist okay. Oh, Tjap. Oh, Tjap. Oh, Tjap. Oh, Tjap. Digger, ich habe mich zerstört. Komm in dieses Tor. Direkt. Oh shit, Jungs. Kumanito Flakes am Start. Wax hier am Start. Kumanito. So muss das. Nicht mal dritte Minute. Digger, direkt. Oh shit. Ist ja zu krank. Gretchen, man. Nicht Gretchen, nicht Gretchen. Ah. Hau ihn weg, hau ihn weg. Das weiß ich, ich weiß. Nein, Mann. Oh. Ey, nein. Abseits. Oh. Du bist es. Was geht bei seinen Arm ab? So, jetzt kontern. Komm. Wetter, Lord. Oh. Und ich bin ganz oben. Oh, da, da. Ja. Ah, scheiß Ball, Lord, Mann. Bro. Oh. Bro. Oh. Oh. Zerstör ihn. Es geht ab. Es geht ab. Schick, schick. Komm. Fake Shot. Fake Shot oder so. Schön. Ah. Der ist so schlecht, Mann. Ich weiß nicht, du. Oh mein Gott. Nein, warum. Wer ist das? Schieß. Oh. Guter Schuss, aber naja. Geht, naja geht. Alles offen. Wo soll ich? Wo soll ich? Oben, 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 oben. Hahahaha. Er denkt mit Innenverteidiger oder so. Junge, du bist Innenverteidiger. Entspann dich. Entspann dich, Digger. Entspann dich, Digger. Raum, in Raum. Ja. Was drückst du für den Kasten? Ich nehme den Trainer raus. Hey. Hey. Er ist Playstation 4 Spieler, Junge. Scheiße, Mann. Ja, Jungs, Mann. Ich spiele das zweite Mal jetzt mit Xbox. Und äh. Nein. Twitter. Nein, zurück Twitter. Nein. Äh. Ja, boldo. Ja, ja. Spiel dir. Spiel dir. Ey, ich hab schon gedrückt. Kudrato ist irgendwie nicht so in Form, Mann. Weiß auch nicht. Wir müssen ja über Ronaldo spielen, glaube ich. Ja. Nein. Ja, aber so ein kleiner Lutscher, Mann. Was für ein Tor, Mann. Scheiß kleiner Lutscher. Ja, was machst du jetzt so? Ja. Scheiß kleiner Lutscher. Grätsch, Mann. Das ist es, Mann. Jetzt. Spiel. Um, Bentner. Spiel doch. Bent, Lot. 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 Nein. Boah, schön, jetzt. Ich geh unten. Was soll ich? Mach Tricks. Mach Tricks. Schön. Oh mein Gott. Hättest du den gebracht? Egal, Freistoß. Hättest du den gebracht, Junge. Das Ding ist, weil Kudrato, der braucht zu lange und so. Normalerweise macht er den zu lange. Oh, Ronaldo, komm. Nein, zu wenig. Zu wenig. Oder? Oh! Schieß, Digga! Mach! Digga, das kann nicht fahr' sein. Er rastet komplett. Nein, Mann! Ey, Digga, das... Nein, Mann. Abseits. Das war nicht um Abseits. Nein. Unnötiges 2-1. Wir haben so heftige Chancen. Nein. Ey. Das kann echt nicht sein. Wir haben ihn so dominiert. Jetzt kommt er zweimal vor das Tor. Oder dreimal macht drei Tore. Oh, nice, nice. Mach weiter so. Mach weiter so. Nice. Nice. Komm, 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 komm. 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 Oh, Junge. Nein! Warum? Fuck, Mann. Ja, jetzt. Der muss... Den machst du, den machst du. Digga, er grätsch im letzten Moment. Wir holen noch auf, wir holen noch auf. Geh unten, geh unten. Wunderbar. Adrian, links hat er keine Skills. Flank einfach. Jetzt! Bentner! Digga, Seifelt! Was machen die in diesem Spiel, die Spieler? Die wollen irgendwie... Keine Ahnung, ausrasten. Oh, alles klar. Ist der schnell? Wer ist das? Ja, das Quadrado, das Quadrado. Du kannst skillen. Du kannst skillen. Ey, er macht Rabona oder so. Was macht der? Der Team, er spielt das dritte bei FIFA 16 und macht Rabona und alles, Digga. Ach so. Warum? Ich sag, du passt, Digga. Bro, mach doch keinen Scheiß. Sag doch, dass du passt, Digga. Bro, mach doch keinen Scheiß. Ich dachte, du machst Flanken. Ja, ich dachte, du. Keine Ahnung. Ja, Digga, Spielaufbau, Mann. Das ist einfach nach oben. Du hast immer nach vorne. Komm, wir mal nach vorne. Digga, Spielaufbau, Mann. Okay, das war's. Erste Runde rausgeflogen, Mann. Wir haben so gut gespielt und fliegen trotzdem raus. Ja, Jungs, ich würd sagen, wir haben uns auf jeden Fall gut geschlagen. Zu zweit, muss ich auch noch sagen, richtig schwer. Richtig schwer. Ich probiere davon aus, mit euren Kollegen zu zweit Futsch auf zu spielen oder so. Und dann noch mit so einer Challenge zwei Sekunden Zeit einen Spieler zu suchen. Dann sehen wir noch mal Ronaldo. Ja, wenn ihr Bock auf mehr habt, dann gebt doch dem Video einen Daumen hoch. Ich denke, wie viele Likes ist dafür drin? Weiß nicht. 10.000? 10.000. Easy. Easy going, oder? Ronaldo bester Spieler vom Platz. Obvious. Okay, Jungs. Instagram von uns beiden abchecken. Seinen Kanal abchecken. Wir sind raus. Und ciao. Ciao. Ciao.